Was ist die Frage der politischen Gesellschaft? Viele Plattformen sind nicht total effektiv. Ich zähle Facebook, Twitter und YouTube dazu, kann das aber rein rechtlich im Grunde so nicht hundertprozentig sagen, weil das nachher eine Rechtsauslegung des Europäischen Gerichtshofs sein wird. Ich fühle mich, dass die Kritikismus nicht wirklich gut ist, und nicht based auf die aktuelle Texte, die wir vorhanden haben. Das ist warum all diese Claims von Censorship, Upload Filters und Links Hacks sind alle totalen Exaggeration. Content ID ist nicht so günstig als die Leute sprechen. Audible Magic, für zum Beispiel, zu identifizieren, 10,000 Songs, sie müssen für 400 bis 500 Dollar bezahlen. Das ist nicht so günstig. Das ist nicht so günstig. Hashtag Copyright Directive. Creation of a neighboring right and automated filtering of content put online. A great step forward. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Genau, die Wir müssen uns auf die Minute die Oeuvres, die du in jedem Jingle veröffentlicht. Das ist das, was wir an eine Plattform wie YouTube.